Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch eine kleine Knobelaufgabe aus dem Känguru-Wettbewerb der 7. und 8. Klasse mitgebracht. Schauen wir uns die Aufgabe mal gemeinsam an. In drei benachbarten Häusern leben insgesamt 20 Mäuse. Letzte Nacht hat jede Maus ihr Haus verlassen und ist auf direktem Weg in eines der beiden anderen Häuser umgezogen. Wir sehen hier das Szenario der drei Häuser gestern und der drei Häuser heute und sehen auch die Wege, die diese Mäuse dann bei ihrem Umzug nehmen können. Die Zahlen in der Zeichnung geben die Anzahl der Mäuse pro Haus gestern und heute an. Also zum Beispiel hier in diesem Haus haben gestern sieben Mäuse gelebt, heute leben in diesem Haus schon zehn Mäuse. Und die eigentliche Frage ist, wie viele Mäuse haben den Weg genommen, an dem der Baum steht? Also diesen Weg hier. Wie viele Mäuse sind hier lang? Wir bekommen fünf Antwortmöglichkeiten. Ihr könnt ja gerne erstmal selbst ein bisschen rumprobieren, wie ihr hier vorgehen würdet. Ich zeige euch jetzt mal einen Weg, wie man hier vorgehen kann. Wir sollen also herausfinden, wie viele Mäuse haben diesen Weg hier genutzt? Wie sieht es aus? Welche laufen denn hier lang oder welche müssen hier lang laufen? Nicht die aus diesem Haus. Die, die aus diesem Haus rausgehen, nehmen entweder den Weg oder den Weg. Aber ein Teil von denen, die hier rausgehen, können hier am Baum entlang. Die können halt auch hier unten lang. Oder eben auch, oder hinzu kommen dann noch die, die aus diesem Haus hier rausgehen. Die laufen entweder den Baumweg lang oder den Weg lang. Also wir sehen die ganze Zeit, dass die Mäuse eben zwei Möglichkeiten haben, ihr Haus zu verlassen. Und das Blöde ist, dass uns ja nur ein Weg davon interessiert. Und wir wissen nicht, von diesen sieben, wie viele sind denn wirklich hier lang gelaufen? Sind es alle sieben? Nee, kann nicht sein. Auf jeden Fall schon mal. Es landen nur sechs hier insgesamt in dem Haus. Also es können maximal sechs hier lang gelaufen sein. Und eine Maus muss dann hier unten lang gelaufen sein. Oder es sind nur fünf hier lang und die restlichen zwei hier unten drüber. Also es ist total blöd, dass wir die ganze Zeit nur einen Weg betrachten, weil es dann so viele Möglichkeiten gibt, wie die sich aufteilen können. Wir könnten die Aufgabe auch ein bisschen andersrum betrachten, dass wir nicht sagen, wir schauen uns diesen Weg hier an, sondern wir gucken einfach, die restlichen Mäuse müssen ja über diese beiden Wege gehen. Und zwei Wege sind hier einfacher zu betrachten, haben wir ja gerade gesehen. Also schauen wir, wie viele haben diese beiden Wege genutzt und der Rest der Mäuse, das insgesamt 20 sind, müssen ja dann hier lang gelaufen sein. Und das interessiert uns dann letztendlich. Also schauen wir mal, wie viele Mäuse sind denn über diese beiden Wege gelaufen? Alle, die aus diesem Haus hier rauslaufen, müssen entweder hier lang oder da lang. Also wenn wir uns das Haus hier betrachten, alle, die rausgelaufen sind, plus alle, die dann wieder in das Haus reinlaufen, nutzen ja dann diese beiden Wege. Meermäuse können hier dann über diese beiden Wege nicht gelaufen sein. Entweder die, die hier rausgehen und dann noch hinzu, die, die in das Haus dann wieder reinkommen. Von daher, wie viele sind denn raus aus diesem Haus? Naja, jede Maus muss raus. Und von daher sind alle fünf Mäuse rausgelaufen. Und wie viele sind in das Haus dann reingelaufen? Das sagt uns hier in die Zeichnung. Heute sind vier Mäuse in dem Haus, also sind über beide Wege irgendwie vier Mäuse hier gelandet. Die sind da reingelaufen. Also haben neun Mäuse diese beiden Wege genutzt. Vorsicht, die neun ist dann nicht unsere Antwort, sondern die restlichen Mäuse. Also von neun bis zwanzig sind es elf. Die restlichen Mäuse haben dann den Baumweg genutzt. Dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr vorgegangen seid. Ich bin gespannt, welche Wege ihr noch gefunden habt. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!